hey pyrus heute gibt es für euch die time rain von nico eine 13 schuss batterie mit einem kaliber von 30 mm einer brenndauer von 25 sekunden und einer effekthöhe von 50 metern die nm beträgt 245 gramm und preislich liegt die batterie bei 11 euro und ich finde für 11 euro kann man hier definitiv nichts dagegen sagen und auch nichts falsch machen mit der batterie die kann man sich echt holen und ich wünsche euch jetzt viel spaß beim test so 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 so